Na ihr iMac Spritzbeutel und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und heute kommt nach zwei Wochen endlich die Fortsetzung von der Minecraft Survival Welt. Und ich war verdammt fleißig gewesen. Kurzer Sneakpick schon mal, was euch jetzt so alles erwartet. Und zwar die Burg hier, der Wolkenkratzer hier, das Haus hier, die vier Häuser hier und die neue Straße. Wir fangen auch direkt an, weil es ist gerade mein Versuch 3, weil eben gerade die beiden Maler habe ich mich so versprochen. Da fängt es schon an. Ich kann einfach nicht reden. Also wirklich, wow. Auf jeden Fall, wir fangen mal von vorne an. Wir kommen hier rein. Moment. Wir kommen hier rein. Und ja, die Türme hier sind auch ein bisschen eingerichtet mit Büschen. Auf jeden Fall ganz entspannt. Denn hier ist ein Schießstand mit zwei Bögen und zwei Stacks Pfeilen und zwei Opfer oder zwei Ziele. Genau, wo man halt ein bisschen lernen kann, mit dem Bogen zu schießen. Hier ist eine Kaserne. Das Design habe ich tatsächlich von einem Minecraft Bedrock Texture Pack. Und zwar aus dem Ladebildschirm. Ich glaube, es war HD. Irgendwas mit HD auf jeden Fall im Namen. Genau. Also ich finde es an sich ganz schnieke vom Design her. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Nur halt, die Einrichtung fehlt. Aber pssst. Hier ist ein S-Stand mit Bank und Essen. By the way, das Holz hier ist Mangrovenholz. Und weil es halt rot ist, passt es perfekt als Essen. Von daher, ne. Ja, hier ist Weizen. Und ein Brunnen, falls man halt ein bisschen farben möchte. Aber es ist eigentlich nur für das Design. Von daher, ne. Hier ist das Kartenhaus. A.K.A. Planungshaus. Ne. Wo man halt, da hat, also man hat halt hier die komplette Stadt, sag ich mal. Auf einem Bild, ne. Auf jeden Fall sehr entspannt. Und by the way, wir haben gerade Tag 551. Das heißt, ich habe jetzt Offstream 240 Tage ungefähr gezockt. Weil bei dem alten Video von zwei Wochen war das ja Tag 340. Ne, Quatsch. Am letzten Video waren es ja 310 Tage. Von daher, ne, genau. Denn hier die Brücke. Die Brücke ist auch neu. Als Verbindung halt. Und hier ist ein Weg. Der Weg ist nicht ganz so spannend auf jeden Fall. Also es ist halt nur ein Weg, der halt zur Brücke führt. Die Brücke ist halt nur dafür da, um halt die Insel hier zu verbinden mit dem Festland. Und hier ist meine Bonustruhe. By the way, ne. Genau. Ich habe halt hier eine Spalte gemacht. Oder eine Spalte, genau. Damit halt das Gebiet hier alles eine Insel ist. Ja. Ganz entspannt auf jeden Fall. Der Weg hier ist auf jeden Fall nicht ganz mein Geschmack. Aber er tut seinen Job. Von daher ist das alles relativ egal, sag ich mal. In der Zukunft wird auf jeden Fall, denke ich mal, noch einiges gemacht hier. In dem Gebiet hier. Also bei dem Weg hier. Aber jetzt erstmal gehen wir zum neuen Haus. Ja, hier mit weißer Keramik, mit Granit und mit Cobblestone. Ich finde es an sich ganz okay. Es ist schick. Und by the way, hier ist halt so ein Dach. Und hier fehlen, warum auch immer, Blöcke. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber naja, ich denke mal wegen den Endermans. Denke ich mal. Also hoffentlich, weil ich, ähm, ne. Jetzt nicht mehr, also, äh, ne. Genau. Jetzt kommen wir halt zu meinem Gebiet. Das neue Gebiet beinhaltet aktuell noch vier Gebäude. Aber das Gebiet hier vorne wird auf jeden Fall noch bebaut. Mit zwei weiteren Häusern. Dass halt hier drei Häuser sind. Und hier drei Häuser sind. Genau. Hier ist halt ein Haus mit Cleanstone. und Ziegelstein. Und halt ein Holzdach. Also ein Tropenholzdach. Ne. Genau. Hier ist mit, mit Granit und, ähm, abgezogener Rinde. Also mit Dschungelholz. Wo halt die Rinde abgezogen wurde. Ganz entspannt. Hier ist ein Haus mit Cleanstone. Also mit, mit Steinziegeln. Clean, Stone, Siegeln. Mit, äh, ich glaub, roter Keramik. Warte mal. Na, ne. Gut, scheiß drauf. Es war doch nur die normale Keramik gewesen. Mit Balkon. Nö. Mit nem schönen Meerblick. Ah, so. Genau. Und, genau. Hier ist auch neues Haus. Er ist heute gebaut, tatsächlich. Mit Granit, Ziegelstein, Cleanstone und Steinziegel. Ja. Und, by the way, die Einrichtung fehlt einfach, weil, ähm, es sind halt einfach nur dicke Häuser. RKA Platzfüller. Von daher, ne. Und, by the way, ich hab verdammt viel geteraformt. Ne. Also, es schaut so wenig aus, aber es war verdammt viel Arbeit gewesen. Aber, apropos Arbeit. Jetzt kommen wir zu unserem, zu unserem Wolkenkratzer. Und all der Schwede, an die Leute, die dabei waren am Stream, von vor sechs Tagen, oder sieben Tagen, haben einen kleinen Sneak-Peak bekommen von dem jetzigen Video. Und hier ist halt der erste Wolkenkratzer. In der Zukunft werden auf jeden Fall wesentlich weitere Wolkenkratzer, also mehr Wolkenkratzer, dazukommen. Ähm, aber ja, das Gebäude hier, oder der Wolkenkratzer hat zehn Stufen. Aus, äh, Dorit und Dschungelholz und halt mit Steintreppen. Und das war verdammt viel Arbeit gewesen. Also wirklich verdammt viel Arbeit mit erstmal Glasfarm, erstmal Doritfarm und so. Also, alter Schwede. Das war wirklich, ähm, genau. Und ich denke mal, ich werde die Mobfarm etwas umbauen, dass die halt ein bisschen schöner aussieht, weil die schaut gerade ein bisschen ein Teil, ein Teil scheiße aus, weil halt so ein Schlauch nach oben, dann eine Plattform, nochmal ein Schlauch und dann nochmal eine Plattform, eine größere. Also, deswegen, aber in der Zukunft wird auf jeden Fall noch einiges entstehen. Ich habe noch ein bisschen die Laternen gebaut, also hingebaut, eher gesagt, damit halt die, ähm, Straßenbeleuchtung weiterhin gegeben ist. Ähm, tatsächlich, warte mal, nehmen wir auf, ja, wir sind schon bei sieben Minuten, na Mensch. Ähm, ja, ansonsten ist halt nichts Neues. Ähm, ja, das war es eigentlich schon, deswegen, Moment, ah, so. Deswegen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Like da. Falls ihr Ideen habt, die ich bauen könnte auf der Welt hier, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was ihr so schreiben werdet, oder auch nicht, je nachdem. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video, haut da rein und ciao.